Musik Bitte, versuchen Sie nicht immer alles umzuräumen. Wenn Sie hier waren, finde ich nie irgendwas wieder. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sie können bitte das Zimmer machen. Ich habe Sie doch nicht aufgeweckt. Wollen Sie es mir beibringen? Warum ich? Ich weiß sonst niemanden, den ich fragen kann. Wo warst du denn? Ich bin bei Kröger gewesen. Na, bei dem muss es jetzt aber sauber sein. Und deine Tochter abzuholen war also weniger wichtig? Du meinst, ich hätte mich verändert. Ich habe mich nicht verändert, Mama. Sondern du. Ah, du bist das. Ich bin sehr klar. Würde es Ihnen vielleicht was ausmachen, nächste Woche zwei Nachmittage da zu bleiben? Am Dienstag und Mittwoch. Da habe ich schon was vor. Weißt du, wie man dich in der Stadt nennt? Die Schachverrückte. Ich habe doch wohl das Recht, einmal was für mich zu haben, oder nicht? Warum ist dieses Spiel so wichtig für Sie? Ich weiß nicht. Wenn man ein Risiko eingeht, dann kann man verlieren. Und wenn man kein Risiko eingeht, verliert man viel.